So, jetzt kommen wir zur zweiten Schienenfahrt. Ich gehe von jetzt mal in der Küste. Ui, selbe Küste. Bis diesmal fahren die LSSB rot. Und hier fahren wir dann nicht E blaue, sondern C rot. Weiter nach unten. Und dann gehen wir um die Schiele. Und das war dann wieder die Abfahrt. Und das nächste Mal fahren wir nochmal von hier oben. Und da fahren wir dann von E auf H, von H auf E. Ja, finde ich auch. Schieb hat so richtig viel Schnee vor mich. Ganz ruhig. Oh nein. Ah! Ich muss wissen, jetzt habe ich so ein scheiß Teil rein. woher es wird. Weil ich glaube nicht, dass ihr mit dem gebrochenen Punkt Ich... ...dass kürzt... ...würdet... ...dass... ...dass kürzt... ...dass kürzt... Komm mal... Komm Tommi... ...dass wir nachher anschauen... ...dass wir gar nicht... ...die anderen Videos angekommen sind... ...darwiss ich uns nachher anschauen... ...dass wir uns nicht auf meinem Dach zu kommen... ...dass wir mal hier Sachen ansehen... ...dass wir mal mal hier Sachen ansehen... ...und ich hab nur... ...und ich hab keine Ahnung... ...und ich hab keine Ahnung... ...dass wir mal ein bisschen... Hm. Schnee. Und das wäre gefallen. Hast du festgepackt? Nö. Bisschen. Nun kommt alles weg. Warte mal mit Knie. Na kommie! Komm, machen wir Samia nach. Hoffen wir, geht's gut. Darf jetzt halt so kein Buckel kommen und es kommt keiner. Habe ich dich erwischt, tut mir nicht leid. Da sind Papa und so. Da ist Tom. Da ist Papa. Ich bin deine gefahren. Einfach nur weil es gerade runter ist. Ich bin deine gefahren. Ich darf so heulen. Jetzt steht ein Ton da rum. Was ist denn mit Tom? Will der nicht runterfahren? Ich leck mich. Komm. Ich bin doch da. Wo? Berg. Da unten. Ich bin mal gefahren. Ah, Mama sollte filmen. Ich hab mich verrore. Ist so. Habe ich auch gemacht. Komm. Und sieh. Wir fallen hier mal. Tschüss, Ami. Doch, ich bin falsch. Ich hab mich hingesetzt. Wuh. 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 Oh mein Knasche. Da kommen grad fünf. Krasse Schnee in meine Fresse. Es ist richtig schön. Ah, da ist noch Schnee, aufzuhören. Ah, da ist noch Schnee. Willst du nicht mehr durch den Wald fahren? Nein, dazu muss man sagen, dass wir es noch nicht zum Wald gefahren. Da war so eine Grube von zwei Metern, ist da reingefahren. Das heißt, hier verloren und haben wir vorhin gesagt, dass wir es noch nicht mehr gemacht haben. War ich nicht dabei? Ah, Tom. Nein, der ist auch noch in den Wald reingefahren. Hey, was ist mit dir? Ich wollte dir für den Schnee geben. Was? Schnee beben? Was? Schnee beben? Wo? Hä? Was? So, Corona. Weiter? Jetzt Corona. Ich weiß nicht, dass ich hier richtig so in den Arm bin. Alter! Oh, ich war das so ganz. Ich muss mal sagen, dass die Seekanude sich nicht an. Weil ich schneide. Schade. Ähm. Ähm. Was will man sagen, weil der geht? Mira, jetzt komm. Warte mal! Die Pferde waren sich ja fast fest. Auf den Arsch gesetzt! Aber das ist nicht mehr so. Ruh! Okay, ich werde aufhören zu brennen mit den einen Fuß. Okay, ich werde aufhören zu brennen. Oh, da ist der Lüft. Heißt, die Folge ist vorbei. Tschau Leute, das ist heute wieder. Snacken wir auf Shoppershopper und auch den Netzwerken.